Wer ist Heini Altbad? Er ist mit Leib und Seele Bestatter, er ist mit Leib und Seele Musiker, er ist mit Leib und Seele Familienmensch. Gegründet hat unsere Firma, unser Familienunternehmer, mein Großvater, übernommen hat es dann mein Papa und meine Mutter und meine Frau und ich haben es jetzt übernommen. Wir sind schon jetzt über 100 Jahre im Dienste der Hinterbliebenen. So, Claudia, da haben wir jetzt die grüne, lindgrüne venezianische Einbettung. Wir bereiten jetzt die Särge für den heutigen Tag vor. Das Ganze kommt mit verschiedenen Einbettungen. Wie man sieht beim Herrn Harriuban, bei der Frau Claudia, das ist eine schöne lindgrüne venezianische Einbettung. Acht Uhr früh in Wien-Penzing. In der Garage von Bestatter Heini Altbad wird eifrig gewerkt. Die Särge für den Tag müssen fertig gemacht werden. Der Chef persönlich testet den Liegekomfort. Warum ist das wichtig eigentlich, dass man schön liegt? Weil du bist ja schon tot, oder? Dass die Angehörigen wissen, dass ein Verstorbener nicht irgendwie in einer Kiste abgeschoben wird, sondern, dass er pietätvoll reingelegt wird. Dass man pietätvoll ruht. Dass man pietätvoll in den Himmel raufkommt. In einen schönen Wolkenbett.